Am fraglichen Tage holte ich ein Graubrot und für 50 Pfennig Streuselkuchen für meinen Haushalt. Die Marken für das Brot hat Frau Berkenkamp abgeschnitten und ich steckte dann den Rest der Marken, es waren zwei Karten, ein. Die Weizenmehlkarten hatte Frau Berkenkamp zwei Tage früher, am Donnerstag, abgeschnitten, da an diesem Tag kein Brot und Kuchen im Laden war. Ich war deshalb gezwungen, am Samstag die Sachen zu holen. Die Zuckerbrötchen nahm ich für die Familie Weinberg, welche bei uns im Hause wohnt, ebenfalls mit. Die Marken waren auch vorher abgeschnitten worden. Wir wechseln uns des Öfteren mit dem Einkaufen ab, da wir uns ungern auf der Straße sehen lassen wollen. Mein körperlicher Zustand ist dermaßen, dass ich einiger Tage später nicht mehr weiß, was vorgefallen ist. Hermann Israel Lewin